Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Netzplay von World of Warships und mit dabei ist der Aerox und ich und noch unser Gammelschiff Na hallo Ja, mich übrigens verziert bei meiner Kanonenangabe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kanonen 8 Kanonen, ich zeig dein Schiff nochmal hier eben So, hier nochmal kurz rüber gucken Ganz viel lang, ne? Meiner ist immer lang Naja, ok, denn Meins haben wir in der Aufnahmepause festgestellt Sieht aus wie so ein U-Boot Hier, wenn man mal guckt, hier diese Linie Wenn man die Länge weitergezogen hätte Die Kommandobrücke ein bisschen weiter hinten Und so Dach ab, dann sieht das wirklich aus wie ein U-Boot Was ziemlich groß ist Ja, wenn du da, wenn du alles fährst Dann sieht alles, also wenn du da was fährst Dann sieht alles aus wie ein U-Boot Ich lach mich tot Da war ein bisschen verstanden Ja Ok, deswegen aber Deine Brücke sieht auch so provisorisch aus Da wurde einfach nur so ein Netz rüber gespannt Ja Wie gesagt, so eine U-Boot Kommando Brücke mit provisorischem Dach Und zwar nicht einfach Na ja, meine sieht auch nicht besser aus Die, na ja Das ist einfach nur so ein Baugerüst Wo ist die Brücke? Wo ist die Brücke? Dann können wir Ich hab schon gemerkt, das sieht aus wie so ein ungebauter Freizeitfrachter Ja Von äh Aus der flotte Fickbums Hier nochmal Die Brücke Oder das Baugerüst 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 mag Eigenbau Ja Und da unter das im Baucontainer einfach hingesetzt Das wird mal eine Brücke Die muss man noch gießen Also die wächst noch, äh Die wächst noch, genau In welchen Jahrhundert leben wir jetzt? Und in welchen Jahrhundert wird das fertig sein? Hehehe Ja Wenn man es genug gießt Kommt selbst genug Rost an Und dieser Rost pehlt sich ab und macht daraus eine neue Brücke Na Hätte ich gedacht Ne, hätte ich auch nicht Das ist sie Oh ne Äh Gucken wir einfach mal äh Ah Ja Alter Daniel Was denn? Hast du schon gekauft? Ja Du noch nicht? Ach Ach Auch schon mal ein Fickbums rachter Oh mein Kapitän Fickbums Angetreten Fickbumsen Fickbumsen Ja Fickbumsen So mein Werkt Fickbums in Stuttgart Fickbums 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 Oh guck mal Neue Map Oh großes Rennen Ja Aber wahrscheinlich mal wenn wir eine Stufe aufsteigen vom Schiff her kriegen wir wahrscheinlich mal eine neue Map oder neu freigeschaltet dazu Kannst du gut haben mal gucken Ja Das zweite Gefecht aussehen wird, was solltest du noch machen? Ja Vielleicht Hätte gesagt wir legen das mal so fest, dass wir pro Folge immer zwei Gefechte machen oder? Ja hätte ich jetzt eigentlich auch so gedacht Wenn mal eins länger dauert, eins kürzer ne? Ja Wir überziehen ja sowieso dann nicht mal hier Ne das mal Schon Aber das kriegen wir nie hin Naja Also Nicht überziehen meinste Ja Das kriegen wir nie hin Ja Okay mit 3 kann ich Torpedos abfauen, okay Ach mit T kann ich mich reparieren oder was? Mit T ist auch übrigens Ich glaube ich kann mich mit T reparieren Hast du denn da unten mehr Sachen in der Leiste als für Hörnischer und Drei halt für den Torpedo, Feuerlöscher und noch zusätzlich reparieren und halt die beiden Kanonenauswahldinger Ja ich habe nur ähm reparieren und zwei Kanonen Hier wo fahren wir hin? Äh weiß ich nicht Wo sie sich jetzt alles hin verteilen Alter die Beschleunigung ist voll schnell wenn ich auf ein Viertel gehe Direkt 7,3 Knoten Hm Weil sie wollen hier vorne direkt gleich mitfahren wo ich gerade mitfahre Okay Dann gebe ich mal voll Gas Mal gucken wie schnell ich hier mitfahren kann Bei mir auch Meine Kanonen drehen sich schnell habe ich ein Gefühl Meine nicht 30 Stunden später Jo also ich habe jetzt äh meine Kanonen chain grad gedreht Und du? Ich bin schon lange tot Das Mensch ist vorbei Haha Mensch ist doch schon lange vorbei Stimmt so war das Ich überhole grad ein Ja 30 Knoten kann ich fast fahren 29,5 Was schön ist ich habe drei Kanonen vorne Ja Ich habe eine hinten eine vorne aber dafür halt Torpedos Das heißt ich werde mich wohl ein bisschen zurück halten müssen Ja jetzt teilt sich das langsam mal auf Ja Alter Aber das Ding ist mega wendig Bin ein bisschen in die Kurve gegangen Ja also ich fahr grad äh fahr auf jeden Fall schon mal schneller Ja Ja Mach mal eben Maschinen aus Das war 25 Knoten habe ich denn vollgeschwindigkeit Oh ich hab wieder wenig Wasser unter dem Fehl das ist wieder nicht gut So Nebel ohne nach Und voll durch die Boje Ist auch noch schön wenn man die sie irgendwie so unter sich bekräbt Ja Ich wette das kommt später noch dazu Oh da vorne Ja 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 ich freue mich schon wenn das Spiel mal weiterentwickelt wird Also dass da noch alles kommt Ja Ich weiß gar nicht welche Reichweite die Torpedos habt Ja Würde ich nicht auf lange Sicht sozusagen Ja Die Torpedos sind ja Ja Da sind teils teils Ja Alter wer sind die jetzt Jetzt aber natürlich wird er grad irgendwas kapieren Oh nein auf mich wird geschossen wie geht sowas denn Das gefällt mir gar nicht Wir haben erschossen für den Scheiß Ja das sowieso Ja das sowieso Ok so genau sind die Kanonen hier nicht mehr Na ich kann jetzt aber Torpedos abfeuern das ist gut Feuer frei Ja am besten mit aufstehenden Schiffe Die haben Arschkarte Ja Wenn wir erstmal in der Fahrt sind dann hast du Glück dass seine Torpedos schon da sind Und ja hast schon abgeworfen Jo zwei Stück leicht Wir treffen Ja Vier sogar alter alter Ja Da müsste mindestens einer von treffen Jo Da müsste er treffen Oder Ah Hä Nein Ganz knapp vorbei Aber so richtig Hab bestimmt noch ein Steuerruder reingeschrabbelt das Ding Dann mach ich das jetzt so zack Lecko mio Hä Hä Also Ja war ich da aus Und wenn nicht Muss ich Da muss ich nochmal üben Hhhhh Mh Muss aber aufpassen Vos Maul Jaaaa Jetzt aber Gehe älter auf Flänge Hä Mit 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 der alter 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 Die weichen schnell aus, ne? Ja, also ich muss echt nochmal üben. Das ist aber auch normal, weil Torpedos. Ja. Wer zu zählen. Auf jeden Fall piep gar die ganze Zeit mal den Torpedofahren anzeige. Piep, 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 piep. Er hat schon mal seinen Zweck erfüllt. Okay, noch habe ich keinen gekillt, aber naja. Das Ding, was ich habe, macht seinen Namen nicht mal ansatz, was er leere. So, weißt du, was ich gleich mal vers- Anzahn. Und zerstört ein Ding. Ja. Piep, 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 piep. Jetzt geht es rechts rum, ich will mal, ich laufe jetzt mal ein bisschen amok, ich will das mit den Torpedos mal ausprobieren. Bei Torpedos, da muss der Kamikaze-mäßig spielen. Ja, deswegen. Und ganze Zeit, piep, 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 piep. Was ist denn noch? Der ist, ich glaube, ja, das Land. Ja. Ja, das hat schon einen ordentlichen Wurms hier. Ja, ich glaube meine Torpedos auch. Wenn sie dann mal treffen. Ja, das hätte ich jetzt auch noch gesagt. Ach, drei Kanonen habe ich, okay. Okay, wenn. Ich glaube, er hat einigermaßen denselben Plan. So ein bisschen von hinten. Nö, ich muss ja von einer Seite fahren, da, die Torpedos ja an der Seite hin. Ja, aber ich meine, wir nehmen den gerade so ein bisschen von hinten. Ja. Mal gucken, wie sieht es aus? Wie sieht es aus? Werde auch Torpedos. Fui. Nebelwand. Ich habe Nebel vor der Fresse. Ich auch. Habe ich ihn da wenigstens noch zerstört? Weiß ich nicht. Auf ja. Pass auf, hier vorne bin ich. Auf ja. Das war egal, wir haben beide gleichzeitig Torpedos abgeschossen. Ne. Was ist noch ausgewichen oder was? Ach ja, da vorne ist er direkt vor dir. Ich glaube, ich habe ihn getroffen. Gibst du noch? Ne, ich bin ja direkt vor dir versunken gleich. Du lässt deine Eier nicht abfallen. Alter, vor allem, nur bei dir ist Nebel. Hä? Ich habe gerade mal auf die Karte geguckt. Ganz genau nur bei dir. Ach, das muss auch. Das liegt an den ganzen Torpedos. Doch, der Torpedos wäre von denen, der ist weg da. Ja. Alter, das wäre ja eben gemein. Ja, Torpedos sind doch sehr... Wenn sie denn treffen, dann weiß ich auf jeden Fall, wie viel Schaden ich anrichten kann. Mach'n Wumms. Okay, ich habe jetzt einen Brand gesetzt, 18 mal getroffen. Aber naja. Nächste Runde wird auf jeden Fall besser. Ja. Jetzt weiß ich ja, wie ich mit dem Schiff umgehen muss. Ja, du musst bei Torpedos... Es ist sehr einfach auszureichen, wenn die vorwärts fahren, deine Gegner, und du dann von vorwärts auf die Torpedos schießt, dann können sie sehr leicht ausweichen. Mh. Müsst du manchmal so aus dem Hinterhalt machen, wenn sie gerade um die Ecke kommen. Ja, das ist immer das Beste, glaube ich zumindest. Und gewonnen. Und da das Schiff von mir sehr wendig ist, könnte ich sogar 16 Torpedos quasi gleichzeitig abfeuern, wenn ich möchte. Ah. Ich habe die ganzen Karten gewendet und... Ja, es geht so rechts, schnell über den Ding. Brings gezogen. Okay, der macht dich mal breit. Ich kann mal neue Module kaufen. Oh ja, das sollte ich vielleicht auch nochmal gucken. Module. Feuerleitanlage. Wäre das gut, wenn ich mir das hole oder... zum Löschen. Warte das Feuer also. Feuerreichweite. Ah. Naja. Okay, ich habe besser einen Rumpf und mehr Bum Bums. Okay. Diese Feuerleitanlage bringt mir kaum was. Die brauche ich nicht. 19 Kanonen aber jetzt. 10 Kanonen. Boah. Pipo. Okay. Naja, ich kann noch nichts wirklich freischalten. Zumindest nicht das, was ich gerne freischalten möchte. Freie Kanonen? Nee. Nee, das kann ich sowieso nicht. Ich kann nur Torpedos dann noch verbessern. Also, du willst den Rumpf erstmal, ne? Ja, muss ich ja. Richtig. Jetzt sind wir wieder bei Inseln. Oh ja. Schön, kommen Variationen rein. Ja. Was gefällt mir hier, dass hier sehr viel jetzt mit Freischaltung gearbeitet wird. Mhm. So, äh, in World of Tanks hast du gleich sofort alles an Karten. Ja. Sechste. Was ich mal gerne eben überprüfen möchte. Ah gut, ich habe noch einen kleinen Bug gefunden. Ähm, der Propeller dreht auch mit, wenn man, ja, keinen Gas gibt. Okay, wo... Das glaube ich ja kein Bug ist es gerade. Ja. Wo fahren wir denn hin? Du bist ganz unten, ich glaube mal... Wo? Eigentlich bin ich in der Mitte quasi. Ja, du bist von mir relativ weit gesehen unten. Wo war... Ich fahr oben längs. Gut. Wenn ich unten bin, dann ist es schon... Gut, dann komm ich hoch, aber ich bin ja recht schnell. Hm. Boah, die Beschleunigung ist sowas von geil und ich bin jetzt auf 20 Knoten. Grad ist nur auf 8. Und... 25. Aber was ich hier so schön finde, man merkt richtig, du fährst da ein Pott durch die Gegend und keine Eierschüssel. Ja. Und ich bin bei... Okay, bei dir ist es ein Eierschüssel, aber bei mir... Na ja, Eierschüssel ist ja auch schon recht groß meiner, finde ich. Aber ich habe jetzt einen Militärruf bekommen. Okay. Dann... Bei mir ist vorne nicht mehr dieses komische Freizeit-Teil. Von... Demo ist jetzt Fickbums. 29,5 Knoten, meine Höchstgeschwindigkeit. Das ist okay, Phase 25. Ja. Dafür kannst du eben mal schnell den ganzen Rumpf durch die Gegend ziehen. Genau. Und einfach mal schnell umdrehen und so ein Trempel. Finde ich schon nicht schlecht. Sondern auch äh... Ein bisschen... Unanfälliger gegenüber... Edos, weil du dann eben schnell mal ausweichen kannst. Ja, und die kannst du schließen direkt. Du hast eigentlich eine ganz gute Karte. Ja, und was ist denn da vorne so alles? Ich sehe es ja noch nicht. Torpedo-Schiff und ein normales. Okay. Normale bekommen aber gerade schon von uns auf die Fresse. Ja, ich balle auch noch mal auf. Und da gibt mein 3-Bildo-Kanonen. Vorfahrt draußen. Hier fährt deine Gattung durch die Gegend. Ja. Das gleiche. Ich fahr mal zu den anderen da hinten. So. Rechts von mir der Typ. Wird eh kaum noch leben. Außerdem... Der Torpedo reicht weiter hin. Ein paar Drosseln. Feuer auf den Kahn. Ein paar Drosseln. Feuer auf den Kahn. Der Torpedo-Schiff kann da sein. Weiß ich nicht. Boah, der kann grad'n Torpedo-Schiff haben. Ja, dann ist das das glaube ich so, oder? Nee, du versonnen hast. Ja. Auf, das ist einer meiner Gattung. Da hinten? Oh ja. Ja. Wird schon acht geben? Ja, ich werd grad von drei Seiten geballert. Was? Ich werd grad losließen. Ich bin ziemlich tot. Oh. Oh. Oh, süß so aus. Okay. Na, ich muss echt noch mal üben mit dem Ding. Leider gibt's ja keine Übungsgefechte. Ja, das wär schön. Okay. Äh. Der, der fährt da gleich was rein. Ich merk's. Boah. Boah. Wie das Ding spielt. Boah. Alter. Was war's mit dir, mein Kumpel? Drück mal T, oder kannst du kein T drücken? Ja. Ich hab mal eher. Ach Gott. Ich glaub, ich konnte nicht reparieren. Das muss ich nachher nochmal nachgucken. Ja, wenn ich T drück passiert nichts. Ja, okay. Ja, dann ist bei mir auch so ein Symbol gewesen. Ich hab auch nur 800 Schaden genommen. 1.000. Mhm. 18.000 insgesamt. Ja, ja, ich guck dir grade zu. Ist ja auch dein Leben. Aber echt, ey. Ey, du bist da aber auch voll gemeint. Boah. 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 Na ja, wär das jetzt die Realität gewesen, wärst du durchgebrochen. 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 Na. Da vorne ist echt. Meistens sind die vorne ziemlich stark. Ja, aber ich bin für ein Panzerschiff. Ja, aber. Das war nur so kleine Hutschi-Fiedel. Ich bin auf jeden Fall auch nicht was kaputt gegangen bei dir. Boah. 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 Wie das aussieht, wenn du schießt, die ganzen Ganon. Boah. Boah. Wie das aussieht, wenn du schießt, die ganzen Ganon. Boah. Boah. Ich hab gerade abgedrückt mit den Torpedos wummt tot. Mag dich nicht. Eine Sekunde länger und ich hätte ihn noch zerstört. Oh, den machst du kaputt. Ja, pass mal auf mein Leben. Boah. Noch hast du aber genug. Boah. 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 Würd ich sagen Sie in uns nächste Folge auf jeden Fall wieder und jo diese Staffel unserer they can be mit auch mal und jo ich ging natürlich noch weiter denn bis zum nächsten Folge. Tschüssi. Tschüss.